Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir sprechen jetzt über Zukunftsaufgabe, Verkehrswende, Herausforderungen und Forschungsergebnisse. Und es ist ja, wenn man von der Geschäftsführung sowas vorbereitet, gar nicht so einfach. Wir veröffentlichen ja 300, 400 Studien pro Jahr und dann weiß man, was man als Geschäftsführer zu tun hat. Jeden Tag zwei Studien lesen und wenn ich dann die 297. gelesen habe, dann habe ich doch wieder ein bisschen vergessen, was stand eigentlich in der ersten drin. Und dann spricht man natürlich mit den Kollegen und sagt, was ist jetzt nochmal das Wichtigste, was wir da sagen wollen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wir jetzt, wir haben ja drei Büros, Freiburg, Darmstadt, Berlin. Ich sitze in Freiburg, die Kollegen in Berlin. Und dann haben wir gesagt, machen wir das in Berlin und haben aber nicht so viel Zeit gehabt. Und dann haben wir gesagt, machen wir einfach hier direkt auch die Veranstaltung, dann ist es irgendwie authentisch. Kriegen Sie mit, wie wir so miteinander reden. Und ja, da kann ich ja vielleicht gleich anfangen, weil Herausforderung Verkehrswende, irgendwie ist ja in den letzten Jahren total viel gelaufen. Ich bin ja heute durch Berlin gefahren, Bus, habe da Fahrräder gesehen, Car2Go. Ist es denn so, ist wirklich so viel gelaufen oder ist eher wenig gelaufen und viel gefahren worden? Wir messen ja zurzeit relativ viel an dem Indikator CO2. Und da kann man einfach mal draufschauen. Ich habe jetzt auch gerade noch ein paar passende Folien gefunden. Vielleicht kann das ja uns auch in der Diskussion einfach ein bisschen helfen. Wenn wir mal schauen, das gilt nicht nur für den Verkehr, sondern allgemein. Deutschland hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2050 drastisch zu reduzieren. Zielkorridor 80 bis 95 Prozent. Und wenn wir jetzt schauen, was hat sich in den letzten Jahren getan, dann sieht man, ja, es gibt eine Bewegung hin zu diesem Ziel. Es ist aber noch ein weiter Weg. Und dann, wenn wir uns auch anschauen, was ist der Beitrag des Verkehrs, auch da muss man sagen, ja, er liefert einen Beitrag. Aber bis jetzt ist es so, also der Beitrag ist sehr unterproportional. Das heißt, andere Sektoren haben bis jetzt mehr geleistet. Und man kann einfach das Spielchen mal betreiben. Dieses Kästchen muss irgendwie in dieses Kästchen, was wir da 2050 sehen. Aber es sollte möglichst dieses Kästchen nicht ausfüllen, weil das würde heißen, andere Sektoren dürfen da gar nicht mehr emittieren. Wird schwierig, wenn man an Sektoren wie beispielsweise die Landswirtschaft denkt. Also da muss wohl noch einiges getan werden. Aber, sag mal, sehe ich da recht, dass es im Verkehrsbereich noch da keine Treibhausgasziele gibt? Ja, das ist richtig. Also das Einzige, was es gibt, ist ein Energieziel. Minus 10 Prozent bis 2020 gegenüber 2005. Und genau, was Florian gerade gesagt hat, die Treibhausgasemissionen, wenn man sich mal anguckt, wodurch diese Minderung passiert ist, dann waren das hauptsächlich die Biokraftstoffe. Die werden nämlich in den Inventaren mit Nullemissionen bilanziert. Und das ist ja eine sehr positive Art der Bilanzierung. Denn in der Vorkette können ja durchaus Emissionen entstehen. Und gerade, wenn es noch zu indirekten Landmutzungsänderungen kommt. Und das heißt, Energiebedarf ist nicht zurückgegangen, sondern ist auch nicht auf dem Zielpfad minus 10 Prozent, sondern der ist eher angestiegen. Wachstumstreiber sind da besonders der Güterverkehr und dann auch die internationalen Verkehre, zum Beispiel der internationale Luft- und Seeverkehr. Und das ist besonders auch beim Luftverkehr nochmal das Thema, dass es da ja auch noch nicht CO2-Effekte gibt, die zur Erwärmung beitragen. Die kriegt man dann auch nicht durch Biokraftstoffe weg. Da ist ja einiges draußen geblieben dann. Und wie ist das mit, also ich werde auf Veranstaltungen immer gefragt, immer am Schluss meldet sich einer und sagt, ich habe so einen alten Porsche, 25 Jahre, aber den fahre ich eigentlich kaum. Soll ich den jetzt ersetzen? Also da ist ja die Frage, ist eigentlich so Infrastruktur, Fahrzeugherstellung, ist das wenigstens da drin? Das ist da auch nicht drin. Und das hat sich ein Kollege oder Kollegen von mir auch mal angeguckt in einem Projekt für Uber, BMW. Was ist eigentlich mit den Emissionen aus Infrastruktur und Fahrzeugen? Und da kommen nochmal so 10 bis 20 Prozent on top zu den Emissionen im Fahrzeugbetrieb. Die sind natürlich der größte Teil. Aber was du gesagt hast, gerade bei Pkw spielt die Fahrzeugherstellung die größte Rolle, weil das ja häufig irgendwie Pkw sind, die fahren ja nicht so viel. Das sind eher Stehzeuge als Fahrzeuge. Und das ist auch ein Thema, das kann natürlich, wenn die Antriebe aufwendiger werden, man zu Leichtbau kommt, zu Elektromobilität, dann können diese Emissionen auch nochmal steigen und eine größere Rolle spielen. Also die müsste man eigentlich mitdenken. Also Fazit ist, da gibt es ziemlich viel, was irgendwie in diesen Sektor-Bilanzgrenzen des Inventars gar nicht angeguckt wird. Und trotzdem, auch wenn man diese Bilanzgrenzen vom Inventar nimmt und die Ziele, dann reicht es trotzdem ja nicht aus, dann sind wir trotzdem nicht auf dem Zielpfad. Lass uns mal bei den Fahrzeugen bleiben. Du hast ja Stichwort Elektromobilität gebracht. Und da gibt es ja x Programme, wie das gesteigert werden soll. Wie entwickelt sich das jetzt eigentlich mit der Elektromobilität? Ja, man hört einiges. Man sieht auch manches, auch auf den Straßen, aber noch relativ wenig. Da hat sich auch schon vor dieser großen Aufmerksamkeit was getan. Es tut sich jetzt mehr, aber wir sehen, wir liegen da jetzt bei über 20.000 Fahrzeugen, aber wir haben halt über 40 Millionen Bestand. Also es tut sich was, es tut sich was zögerlich. Da gibt es nicht einen Schuldigen, es gibt bloß eine große Herausforderung, weil wir haben im Verkehrssektor, der ganz anders als andere Sektoren, auch im Energiesektor wissen wir mittlerweile, gibt es ganz viele Technologien. Im Verkehrssektor gibt es im Wesentlichen eine Technologie, die heißt Verbrennungsmotor. Es gibt einen Kraftstoff oder mehrere Kraftstoffsorten, aber das sind kohlenstoffhaltige Flüssigkraftstoffe, die sind super praktisch. Hohe Energiedichte, man kann die leicht tanken, die sind flüssig, man kommt weit damit. Und hier ist das ein Kulturwandel, das ist eine ganz andere Technologie. Manche sind da begeistert, das kriegen wir auch mit den Projekten, die wir direkt begleiten, die finden das super. Das sind aber leider bis jetzt noch die, die grundsätzlich sich für Dinge begeistern lassen, aber das sind Leute, die eben sehr begeisterungsfähig sind, die auch manche Schwierigkeit in Kauf nehmen. Das ist ein Problem, wir haben einen Kulturwandel, der auch mit dem Verkehrsverhalten einhergeht. Wir brauchen eine neue Infrastruktur, auch das ist alles in den Anfängen. Das dauert noch, bis es aus der Nische rauskommt. Wir haben auch die Hersteller, die natürlich erste Angebote bringen, aber muss man auch sehen, bei vielen Herstellern war über Jahrzehnte der Verbrennungsmotor das Geschäftsmodell. Und in einem Daimler war ganz viel Daimler drin. Und in einem Daimler heute, der elektrisch ist, da wäre halt auch ganz viel Bosch und ganz viel Samsung drin. Das heißt nicht, dass sie die Transformation angehen, aber die wollen Zeit. Die brauchen das Wissen, die müssen das aufbauen. Und die wollen natürlich auch weiterhin dann das Elektrofahrzeug selber bauen und nicht nur noch die Hülle und den Namen zur Verfügung stellen. Deswegen, auch da geht es zur Rückhaltung. Das ist vielleicht eine Erklärung. Man sieht auch in anderen Märkten, da läuft es teilweise anders. Da gibt es ganz neue Akteure, die sich positionieren. Aber man sieht einfach, diese Entwicklung geht wesentlich langsamer. Und es ist aber dringend notwendig, weil ohne Elektromobilität kann ich mir keine Welt vorstellen, in der man weiter motorisiert unterwegs ist und trotzdem einen hohen Anteil Erneuerbaren einsetzt. Aber sag mal, die Elektrofahrräder, da gibt es auch einen richtigen Boom. Warum gibt es ausgleichend da einen Boom und weniger bei den Autos? Ja, da ist vielleicht der Unterschied anders als bei den Elektrofahrzeugen. Per se erstmal das Elektrofahrzeug führt dazu, dass ich mit dem Fahrzeug erstmal weniger kann. Klar wird angeführt, Fahrspaß und hohes Drehmoment. Aber erstmal kann ich weniger fahren, ich muss länger laden. Pedelecs Beispiel, erstmal gegenüber einem konventionellen Fahrzeug elektrisches Fahrzeug heißt, ich kann mehr. Ich kann weiterfahren, ich kann schneller fahren. Auch die Ladezeiten spielen nicht die Rolle. Also hier sind es zwei unterschiedliche Baustellen. Okay. Naja, da sieht man, es geht doch sehr langsam voran. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an den Schutz der Ozonschicht und den FCKW-Ersatz in den 80er Jahren. Das war ja zuerst, schien es ganz schwer. Und am Schluss hat man gesehen, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss gar keine Strukturen ändern. Dann einfach eine Chemikalie durch die andere ersetzen. Aber man hat die gleichen Kühlschränke gehabt, die Spraydosen, die Schäume, die Klimaanlagen und so weiter. Von daher war das relativ einfach und hat sich doch viel geändert für die Umwelt im Laufe der Jahrzehnte. Und wenn man das jetzt überträgt und sagt, ja, wenn es jetzt aber schnell voranginge mit der Elektromobilität, alles elektromobil wäre, wäre dann die Sache geritzt? Also wir sind ja auch immer Optimisten. Und wir glauben auch, dass es vorangeht und die Elektromobilität den Durchbruch schaffen kann und es auch einfach muss. Weil anders kommen wir sonst in unsere Gesellschaft, zumindest wenn wir Großteil noch motorisiert uns bewegen, nicht in Richtung Klimaschutzziele. Das heißt, wir haben uns jetzt auch mal angeschaut, wie könnte die Welt 2050 aussehen, wenn wir wirklich bei den PKWs fast nur noch batterieelektrische Fahrzeuge haben. Das setzt natürlich auch Änderungen beim Nutzer voraus. In diesem Szenario, was ich jetzt hier auch mal kurz zeige, gehen wir aber weiter davon aus, dass die Mehrzahl sich so bewegt wie heute. Auch da kommen wir vielleicht nochmal später drauf, dass das nicht unbedingt gesetzt sein muss. Aber wir sehen einfach mal, heute ist Elektromobilität im Verkehr im wesentlichen Schiene und das ist ungefähr der Energiebedarf. Wir sehen hier die Gesamtstromnachfrage heute. Wir haben jetzt bei einem Szenario gerechnet, das Projekt heißt E-Mobil 2050 für das Umweltministerium, was ist eigentlich, wenn wir wirklich den PKW-Verkehr massiv elektrifizieren, also mit batterieelektrischen Fahrzeugen ins halben Jahr 2050, das ist durchaus vorstellbar, dann kommen wir in eine Größenordnung 106 Terawattstunden. Also für alle, die mit dem Energiesektor nicht vertraut sind oder nicht so vertraut sind, vielleicht so wie ich es vor diesen Projekten war, dann sieht man, das ist schon, wenn man heute sieht, über 500 Terawattstunden ist das eine erhebliche zusätzliche Nachfrage. Die ist auch in jetzigen EE-Ausbauszenarien nicht berücksichtigt und erfordert zusätzliche Anstrengungen. Jetzt hier, man mag es exotisch finden oder nicht, Oberleitungs-LKWs, das ist eine Zukunftsdiskussion, vielleicht futuristisch, also sprich auf Autobahn-Oberleitungen, über die Fahrzeuge dann auch große Güter-LKWs elektrisch fahren können. Das ist natürlich fragwürdig, aber andererseits auch die Problematik Elektromobilität, Batterieelektrisch im Straßengüterverkehr ist perspektivisch eigentlich nicht vorstellbar. Das heißt, wenn man mal so ein Szenario anguckt, der Güterverkehr auch noch elektrisch, weil das eben erhebliche Emissionen sind, ist man schon bei 150 Terawattstunden. Also da kommt man schon in Bereiche, die 20 bis 25 Prozent sind, der Gesamtstromnachfrage heute. Und jetzt mal ein anderes Szenario, wir sprachen vom Verbrenner und sagt, Oberleitung, ob das wirklich funktioniert, andere Technologien sind da nicht unbedingt in Griffweite. Das heißt, wir haben weiterhin den Verbrennungsmotor und wir haben die Emissionen, den Verkehr 100 Prozent elektrisch oder erneuerbar zu machen. Dann bleiben eigentlich nur synthetische Kraftstoffe, die auch auf Strom basieren, die aber natürlich höhere Wirkungsgradverluste haben und dann diesen wertvollen Strom im Verbrennungsmotor wieder verbrennen. Dann kommen wir in Dimensionen, die höher sind als die heutige Gesamtstromnachfrage. Das heißt, on top zu dem, was wir aus allen anderen Sektoren haben. Das heißt, da muss man sich genau überlegen, was man will, was die Konsequenzen sind. Und wir kennen die Problematik der Energiewende und der Ausbauziele. Das heißt, das Gleiche mal zwei bis 2050. Und da muss man, glaube ich, ernsthaft darüber diskutieren, können wir uns das leisten, wenn wir diese 100 Prozent Erneuerbare wollen und wie kommen wir da hin? Das habe ich übrigens gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen, das ganz tolles neues Pilotprojekt aus CO2, wieder flüssig Treibstoffe zu machen. Ich weiß eigentlich nicht so recht. Ich dachte immer, das hätte Fischer Tropf 1925 schon erfunden. Wieso hat sich das ja nicht durchgesetzt? Ist der Wirkungsgrad zu schlecht, zu teuer? Der Wirkungsgrad ist ein Problem. Das Problem ist auch, wo kriegen wir diesen Kohlenstoff her? Weil wir können keinen Fossil nutzen, weil letztendlich ist es dann nicht CO2-neutral. Und die Diskussion kommt neu im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, eine Zwischenspeicherung von Strom. Aber ich glaube, jetzt ins Detail würden wir hier nicht gehen, sondern später im Workshop. Okay. Und jetzt aber noch eine Frage. Wie viel PKW habt ihr da gerechnet? Das sind leider so viele PKWs wie heute, mehr oder weniger. Also diese... Es gibt ein bisschen demografischen Wandel, aber im Wesentlichen bewegen sich in diesem Szenario die Leute wie heute. 43 Millionen oder so. Aber das heißt eigentlich, mit einer rein technischen Innovation kommen wir nicht allein weiter. Wir brauchen auch Strukturänderungen, wir brauchen Verhaltensänderungen. Und jetzt, ich meine, ich sehe da ja schon viel. Ich sehe da die Elektrobikes. Der ADAC gibt schon Kurse für Elektrofahrräder. Es gibt dann diese vielen kleinen afrikanischen Fahrzeuge, diese Car to Ghost. Und die Fernbusse werden gefördert durch die GDL. Also kommt doch einiges voran. Aber ist es wirklich so, dass die Verhaltensänderungen schon weit genug sind? Ja, genau das ist die Frage, ob jetzt das, was man so an einzelnen Stellen beobachtet, ob das ausreicht für eine Trendwende. Weil wenn man sich anguckt, wo kommt man her, dann ist es ja im Verkehr über lange Zeit einfach eine Entwicklung gewesen, das immer schneller, immer weiter. Wenn ich Verkehr beschleunige, kann ich in derselben Zeit weitere Distanzen zurücklegen. Dann kommt dazu eine zunehmende Motorisierung. Wenn ich den Pkw vor der Tür habe, dann nutze ich ihn auch. Dann ist der öffentliche Verkehr nicht mehr so attraktiv. Und das hat dazu geführt, zusammen mit der Entwicklung der Siedlungsstrukturen, die sich eben an das Automobil anpassen, dass man immer zu weiteren Strecken gekommen ist. Und das heißt, wenn man da eine Trendwende wieder hinkriegen will, dann braucht es tatsächlich ein bisschen mehr als nur ein paar Fahrräder wahrscheinlich. Auch andere Autos. Ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, dass sich seit 1960 die WS-Leistung vervierfacht hat. Die durchschnittliche Besetzung ist, glaube ich, 1,2. Da kann man gerade noch froh sein, dass es nicht unter 1 fällt. Muss da auch da noch viel passieren? Und sieht man da auch was? Ja, wenn da ein bisschen was passieren würde in Richtung wieder kleinere Autos. Ich meine, das ist ja nicht nur PS, das ist auch das Gewicht. Das hat ja auch extrem zugenommen. Wenn wir irgendwie nicht diese Gewichtssteigerung hätten bei Pkw, wären wir auch mit der Effizienz schon viel weiter. Da könnte man viel weiter kommen. Klar, da muss auch was passieren. Und dann, ich meine, das ist natürlich immer noch dieses Thema, was ich vorhin schon hatte, Stehzeuge. Ein Auto, das ständig nur rumsteht, ist auch eigentlich nicht besonders effizient für die Umwelt. Und da kommt das Thema Carsharing. Ja, da sind wir doch beim Carsharing, oder? Das ist ja ganz praktisch, wenn es immer rumsteht, dann kann man es ja verleihen. Und wir gehen jetzt nicht mal zu Abbaus, sondern bleiben noch beim klassischen Carsharing. Wie entwickelt sich das eigentlich? Ja, das ist interessant. Es denken sich immer mehr Leute, immer mehr Leute, die vorher gedacht haben, ohne Pkw geht es gar nicht. Und auch ohne einen Pkw, der auch eine bestimmte Symbolik beinhaltet. In einem Projekt zusammen mit dem ISEO, schauen wir uns das mal genauer an. Am Beispiel Car2Go, das wurde ja heute schon erwähnt. Ja, wer nutzt das eigentlich? Verändert sich da was? Und man sieht, wir können hier selber ein bisschen lesen, da tut sich was. Leute haben plötzlich eine andere Einstellung, ob sie die plötzlich haben. Aber auf jeden Fall sieht man, vielleicht graben wir da auch in so einem, sagen wir mal, bewegen wir uns in einem Biotop, wo wir uns das mal anschauen. Und die Frage ist, was passiert da weiter? Aber Fakt ist auf jeden Fall, da tut sich was in bestimmten Gruppen. Wir kennen die andere Beobachtung, dass Führerscheinbesitz in manchen Altersgruppen sich verändert. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass eben dieser Markt plötzlich belebt wird von anderen Akteuren. Die Motivationen können ganz unterschiedliche Art sein, aber der Verbraucher hat heute eine ganz andere Auswahl von verschiedenen Angeboten, die flexibel, weniger flexibel sind, die sehr stark im Zusammenhang stehen mit auch neuen Technologien, Informationstechnologien. Das lösen sich teilweise. Das überrascht vor allem auch immer unsere Kollegen vom ISE, die das schon lange begleiten, Mobilitätsroutinen auf, auf eine sehr frappierende Art. Das ist natürlich ein Anzeichen, ob sich das verstetigt. Aber da tut sich was. Aber es sind aber viele neue Akteure auf diesem Markt erst mal, wo man jetzt auch in unseren Forschungsergebnissen in Scheer, da sieht man erste Tendenzen, multimodaler, aber jetzt ganz klare Aussagen treffen zu können, wo entwickelt sich das hin, was wird das für Größenordnung einnehmen und was machen die Leute tatsächlich, werden sie weiter trotzdem den PKW zusätzlich besitzen oder werden sich ganz neue Mobilitätsroutinen einstellen. Das ist jetzt noch nicht klar und das hängt natürlich auch noch von anderen Akteuren ab, weil erst mal ist es ein großer Markt mit neuen Angeboten. Wo die Reise hingeht, entscheiden hoffentlich nicht alleine nur die Marktakteure. Wie ist es eigentlich auf dem Land? Also in der Stadt ist es ja immer relativ praktisch, da ist es ja nicht weit zum nächsten Carsharing-Auto. Auf dem Land ist es wesentlich schwieriger. Man sieht es ja auch, die neuen Angebote, die gibt es vor allem in den großen Städten mit einer hohen Bevölkerungsdichte, auch mit einer hohen Affinität zu diesen Angeboten und vielleicht auch vorher schon dem Fehlen eines PKWs. Auf dem Land ist es immer noch der PKW, der so die Flexibilität schlechthin gibt, da ist eher noch der andere Trend durch den demografischen Wandel, da Schülerverkehre zurückgehen und dann also praktisch die Grundversorgung weiter wegbricht, weil diese Busse auch nicht mehr dreimal am Tag fahren, sondern gar nicht mehr. Das zeigt auch nochmal, dass man nachher nochmal viel genauer gucken muss auf der lokalen Ebene, was tut sich eigentlich da und welche Akteure müssen da agieren, weil das wird nicht allein ein kommerzieller Markt richten, diese Grundversorgung. Auch so Konzepte wie das Nachbarschaftsauto, nicht wo man einfach anrufen kann über IT, weil es Nachbar so und so fährt, gerade auch in die Stadt und kann mich vielleicht mitnehmen. Das gehört in den ganzen Komplex, da tut sich schon auch was. Fahrzeuge auch so ausleihen, ich wurde es vorher angesprochen, klar, es werden auch mittlerweile Fahrdienste angeboten, da muss man schauen, zu wem das in Konkurrenz steht und wie sinnvoll das ist, aber da tut sich auch sonst viel und natürlich bietet diese Plattform, Informationstechnologien in Kontakt treten mit anderen, sich austauschen. Ja, ist vielleicht gar nicht so, dass sich da so eine Anonymisierung der Gesellschaft einstellt, sondern über diese neuen Technologien auch Möglichkeiten, Dinge wieder zu teilen und sinnvoll auch Fortbewegungsmittel gemeinsam einzusetzen. Aber auch da, das sind bis jetzt alles Nischenlösungen, das ist noch nicht der große Wurf für die Mobilität von morgen, auch im ländlichen Raum. Aber insgesamt heißt es ja, dass viel gemacht werden kann in den Gemeinden, in den Kommunen und da sieht man ja auch schon viele Entwicklungen, in Freiburg haben wir ja zum Beispiel jetzt die ersten Fahrradschnellwege, so wie in Holland, New York, habe ich gerade gestern gelesen, führt flächendeckend Tempo 40 ein, bei Geschwindigkeitsbegrenzung kann man ja von Amerikanern auch viel lernen und vielleicht wird Minister Dobrindt am Schluss wenigstens ein City-Mode einführen. Also das heißt, man hat ja eine ganze Reihe von Handlungsmöglichkeiten in der Stadt und wie sieht das insgesamt aus? Na, wir haben uns das tatsächlich mal auch angeguckt, am Beispiel von zwei Kommunen, nämlich Stuttgart und Bremen, im Spendenprojekt Stadt der Zukunft. Die Fragestellung war da, wie lassen sich langfristig auch mit Perspektive 2050 in Städten Klimaschutz und Lebensqualität verbinden? Und am Beispiel der Stadt Bremen, die haben irgendwie einen Verkehrsentwicklungsplan für 2025 mit Maßnahmen zur Verlagerung auf den Umweltverbund, zur Stärkung des Umweltverbundes und dann hat sich das Öko-Institut nochmal angeguckt, ja, was kann man denn noch an zusätzlichen Maßnahmen machen, mit Perspektive 2050, um noch mehr hinzukommen zu Klimaschutz und Lebensqualität? Und ja, dann das zentrale Thema eigentlich dabei ist, dass man eben diesen Trend, den wir schon diskutiert haben im Sinne, Pkw nicht mehr so ein großes Statussymbol, Pkw-Besitz wird weniger wichtig, dass man es schafft, diesen Trend halt zu verstetigen und ganz klar die Alternativen zu fördern, also Carsharing immer in Kombination mit ÖPNV und besonders aber auch den Radverkehr und in unserem Szenario kommen wir da eben hin bis zu einem Model-Split, wo dann 37% der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden in Bremen. Das ist dann natürlich nicht mehr nur unbedingt das klassische Fahrrad, sondern das können alle möglichen Formen von leichter Elektromobilität sein, Pedelecs, E-Bikes, was man sich so vorstellen kann. Ja, habt ihr da jetzt nicht ein bisschen geschummelt? Also ich meine, wenn man Fahrradverkehr irgendwie zeigen will, dann nimmt man halt Freiburg, Münster oder Bremen. Du meinst, weil Bremen eh schon auf einem hohen Niveau halt startet? Ja, natürlich. Dass es da klappt, ja. Also ich meine, aber das ist auch denkbar in anderen Städten. Man muss halt die entsprechende Infrastruktur dafür schaffen, damit sich der Fahrradfahrer dann auch wohlfühlt auf seinem Rad. Ich meine, das Fahrrad, so toll das Pedelec ist, auf einer sechsspurigen Straße ist halt irgendwie kein Spaß. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann geht das. Also ich meine, bis 2050, ein bisschen Zeit ist auch noch. Da geht das auch in anderen Städten. Vielleicht noch eine Frage zur Lebensqualität. Also es geht ja nicht nur um CO2-Emissionen. Du hast ja gesagt, auch die Lebensqualität wird sich verbessern in den Städten. Lebensqualität ist so ein allgemeiner Begriff. Was heißt denn das jetzt? Ja, das heißt, das kann ganz viel heißen. Also erstmal Schadstoffe, die natürlich reduziert werden. Ich meine, es gibt zwar auch Grenzwerte für Pkw, aber die funktionieren dann vielleicht auch im realen Betrieb nicht so schön wie in den Testzyklen. Dann ein zweites Thema ist einfach die Fläche. Wenn ich die Autos teile und intensiver nutze und weniger Autos nutze, dann habe ich mehr Raum für Parks und weiß nicht, ich kann diesen ganzen Straßenraum anders nutzen. Das sind zwei Themen. Ich meine, Gesundheit ist auch ein Thema. Das ist sicher auch beim Radfahren förderlicher, als wenn man hinter einem Pkw sitzt. Also es gibt viele Aspekte. Ja, und Stille, Natur kann wieder zurückkommen. Vielleicht ein Hinweis auf die Grafikrecorderin. Wir sind ja ganz modern. Also wir machen ja heute alles mit Livestream und Grafikrecorderin. Also es ist nicht so, dass wir noch nicht fertig sind mit der Veranstaltung. Wenn Sie vielleicht noch ein paar Vögel dazu malen würden, das wäre einfach wunderbar. Und mir ist es neulich aufgefallen, ich musste einmal am Sonntagmorgen um 7 Uhr auf den Zug, und da bin ich durch Freiburg gefahren und da war einfach überhaupt niemand unterwegs. Und dann bin ich durch die größte Hauptverkehrsstraße gefahren, die hässlichste, wo man sonst möglichst schnell weg will. Und da waren dann Vögel, da war es ganz ruhig. Und dann ist man vorbeigegangen und dann hat man plötzlich Häuser gesehen, wunderbare Häuser. Normal fährt man immer mit dem Kopf nach unten möglichst schnell aus der Straße und einfach die Vorstellung, dass das anders sein könnte, wie damals, als man diese Städte konzipiert hat, ist wirklich sehr schön. Das wäre auch eine ganz andere Art von Lebensqualität. Ich habe auch schon gehört, dass die Häuslebesitzer auch ganz erfreut wären, wenn ihre Preise steigen würden auf den Straßen. Ja, dazu könnten natürlich auch ganz stark die Elektrobikes beitragen. Und was Sie vielleicht nicht wissen, ich habe 1989 das erste Elektrobike in Deutschland angemeldet. Das war aber irgendwie offensichtlich 25 Jahre zu früh. Manchmal, das erlebt die Industrie ja auch immer, Produkte kann man auch zu früh auf den Markt kommen, aber mittlerweile hat sich ja doch einiges geändert. Das ist nicht mehr das Dreigang-Fahrrad mit dem Velo-Solex-Elektromotor. Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich eine ganz schöne Vielfalt an Angeboten, an Fahrzeugen, vom Lastenrad bis zum Scooter, alles Mögliche ist da. Und da bewegt sich total viel. Was man vielleicht im Blick haben muss, dass alleine das Fahrrad dann leider doch nicht das ganze Verkehrsproblem löst. Weil die Langstrecke im Pkw, das ist halt immer noch, das haut richtig rein. Immer noch etwa 60% des Energiebedarfs entstehen auf Strecken über 20 Kilometer. Und da kommt irgendwann dann auch vielleicht sogar das Pedelec an die Grenzen. Und da muss man sich auch was vor überlegen, wie man damit umgeht. Aber das heißt doch immer, 75% aller Fahrten oder sowas sind bis 10 Kilometer? Ja genau, das ist ja der Unterschied immer zwischen der Anzahl der Fahrten und der Fahrleistung. Ich habe zwar viele kurze Fahrten, deswegen gibt es trotzdem immer noch die vielen Emissionen auf den langen Fahrten. Okay, heißt aber, die Fahrradfahrer werden auch nicht die Welt retten. Muss also irgendwie sowas wie, nicht alleine, ja. Aber das heißt ja, eigentlich braucht man schon ein richtig gutes Gesamtkonzept. Und gibt es denn sowas? Na, also eine Option, wie das aussehen könnte, haben sich die Umweltverbände überlegt, mit wissenschaftlicher Unterstützung des Öko-Instituts, in dem Projekt klimafreundlicher Verkehr in Deutschland. Und da wird dann eben klar, ja, neben Förder- und Radverkehr braucht man irgendwie ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Kurzfristig stehen in diesem Konzept dann Maßnahmen, die sind schon lange bekannt, müssten aber mal umgesetzt werden. Zum Beispiel die Dienstwagenbesteuerung zu ändern, die falsche Anreize setzt im Moment, die Entfernungspauschale zu reformieren, den öffentlichen Verkehr zu stärken, indem die Regionalisierungsmittel erhöht werden und die externen Kosten zu internalisieren, gerade im Luftverkehr, der ja im Moment zum Beispiel keine Kerosinsteuer zahlt. Und langfristig muss man dann auch hin dazu, dass man irgendwie die Stadt- und Verkehrsplanung mehr integriert, zu einer Stadt der kurzen Wege kommt, das muss man schon heute andenken und das Thema Nutzen statt Besitzen stärkt. Und in dem Konzept kommt man tatsächlich dann zu 50% Umweltverbund im Jahr 2050 im Personenverkehr. Und was zeigen nochmal diese ganzen Linien an? Das ist jetzt die Verkehrsleistung im Personenverkehr in den verschiedenen Verkehrsträgern. Also unten das Flugzeug, dann kommt der Pkw hier dargestellt nach normalen und geteilten Pkw und oben sind dann halt Fußradverkehr und der öffentliche Verkehr, die halt deutlich zunehmen in diesem Szenario. Und insgesamt geht es dann halt auch leicht runter. Das kommt aber jetzt halt nicht nur durch kürzere Wege, sondern auch ein bisschen durch den Bevölkerungsrückgang, der dahinter liegt. Aber das ist alles Personenverkehr? Das ist alles Personenverkehr. Und wie sieht es im Güterverkehr aus? Das sind doch immer so Zahlen, der verdoppelt sich bis irgendwann. Ja, ich meine, da sind ja auch die Prognosen von der letzten Verkehrsprognose bis zur neuen Verkehrsprognose auch wieder ein bisschen vorsichtiger ausgefallen, was die Entwicklung des Güterverkehrs angeht. Vorsichtiger heißt was? Ja, die Verkehrsleistung steigt noch an, aber nicht mehr so doll, wie man das noch vor 2004, 2005 prognostiziert hat. Ja, aber der Güterverkehr ist auf jeden Fall eine harte Nuss, nochmal eine härtere Nuss als der Personenverkehr. Das ist ganz klar so, weil der hängt einfach massiv ab von Wirtschaftsverflechtungen, von Konsummustern. Dann gibt es irgendwie neue Trends, wie irgendwie Online einkaufen, bestellen. Das könnte auch in Zukunft da noch mit reinspielen. Aber das bedeutet nicht, dass man gar nichts irgendwie da machen kann im Güterverkehr. Und in dem Konzept ist halt ganz klar ein wichtiges Thema die Verlagerung auf die Schiene, wo man halt kurzfristig die Kapazitätsengpässe beheben muss im Schienennetz, langfristig aber auch so eine Art Zielnetz 2050 mal konzipieren muss, wo man dann hin will. Und das Ganze unterstützt durch entsprechende Preissignale auch im Lkw-Verkehr. Und wenn man das noch einen Schritt weiter denkt, langfristig, dass man dann auch hinkommt zu einer Transformation, die eben nicht nur im Verkehrssektor stattfindet, sondern auch in den anderen Sektoren, was dann bedeuten kann, dass man mehr hinkommt zu regionaleren Wirtschaftskreisläufen, dass man, wenn man irgendwie Vollversorgung mehr oder weniger mit erneuerbaren Energien hat, natürlich auch kein Transport von fossilen Energieträgern mehr anfällt, dann kann man auch beim Güterverkehr was machen. Okay, und gibt es ja da noch gleich viel Laster oder weniger in eurer Berechnung? Nein, das sind jetzt weniger, weil der Straßengüterverkehr geht ja ein bisschen runter. Okay. Aber es gibt schon noch welche. Und kannst du mal die Folie vorher mit dem Personenverkehr, wie war das da, mit wie vielen Autos habt ihr da prognostiziert im Jahr 2050? Da kommt der Pkw-Bestand halbiert sich. Die Fahrleistung geht nicht ganz auf die Hälfte zurück, aber man hat ja die geteilte Nutzung, wo die Pkws intensiver genutzt werden und nicht mehr so viel rumstehen dazu. Dadurch gibt es dann weniger Fahrzeuge. Okay, also ein gutes Konzept für 2050. Ich bin allerdings da immer ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich finde es toll, wenn man gute Konzepte bis 2050 hat, aber irgendwie ist es ja doch noch eine relativ lange Zeit bis dahin. Ich frage dann immer, was kann man denn jetzt in den nächsten 10 oder 15 Jahren machen bis 2030? Ja, haben wir uns auch angeschaut und es war nicht der Eindruck entstehen, dass wir nur mit bestimmten Leuten reden und mit bestimmten Verbänden Konzepte machen. Wir reden mit allen, wie auch unsere Geschäftsführer am Anfang gesagt hat, ist uns auch ganz wichtig. Es gibt verschiedene Perspektiven, verschiedene Interessen und deswegen ist es auch bei uns frühzeitig gute Sitte gewesen, dass wir mit allen Stakeholdern reden, wie kann eigentlich Klimaschutz im Verkehr aussehen? Und das Umweltministerium hat dankenswerterweise seit 2005 auch dafür eine Finanzierung im Projekt Renewability, wo wir eben mit Stakeholdern aus ganz verschiedenen Branchen, von der Automobilbranche, über die Energiebranche mit natürlich auch den Umweltverbänden, anderen gesellschaftlichen Akteuren gemeinsam diskutieren die Problematik. Es gibt langfristige Klimaschutzziele und wir müssen uns überlegen, wie wir da hinkommen und wie wir mit zusätzlichen Maßnahmen auch wirklich diese Emissionseinsparung schaffen. Wir rechnen das ganz konkret durch. Das ist natürlich immer Zukunft und konkret durchrechnen, so gut es eben geht. Wir machen das transparent, wir diskutieren das mit den Akteuren und eine Zielaufgabe ist auch jedes Mal, wir sind gerade in die dritte Phase gestartet. Wie gesagt, in 2005 haben wir damit begonnen, mit auch einer großen Kontinuität bei den Stakeholdern, die beteiligt waren. Hier 2012 die Ergebnisse, ein zentrales Ergebnis von Renewability II und die Aufgabe war, wie können wir Klimaschutz im Verkehr hinbekommen, der über ein Basisszenario hinausgeht, weil in dem Basisszenario, also Fortschreibung bestehender Politiken, da tut sich nicht sehr viel. Hier ist auch noch ein großer Anteil Biokraftstoffe drin, wo man sagen muss, das würde jetzt auch nach heutigen Rechnungen noch mal etwas leider geringere Emissionsminderung bringen. Das heißt, wir haben uns gemeinsam überlegt, welche Maßnahmen gibt es, wie können die wirken, was sind sinnvolle Kombinationen. Natürlich unter der Maßgabe möglichst hoher Beitrag des Verkehrs und natürlich ist es so, in diesem Szenario, was dann wirklich auch knappe 40% damals an CO2-Einsparungen brachte, also damals wegen der Biokraftstoffbilanzierung, die heute wahrscheinlich anders aussehen würde, trotzdem einen relevanten Beitrag, wo man sagen muss, auch so eine Entwicklung, die würde auf einer Entwicklung liegen, wo man sagt, das passt schon ganz gut zusammen mit den Zielen, die wir langfristig haben, als Gesellschaft die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und in dem Szenario stecken natürlich Maßnahmen drin, die nach heutiger Sicht wahrscheinlich nicht zum Wunschkatalog eines jeden Verkehrspolitikers gehören. Ich nenne mal ein paar, mit auch der Einschränkung, das heißt natürlich auch nicht, dass alle Akteure sagen grundsätzlich, sie wollen unbedingt diese Maßnahmen, haben sie gesehen, mit so einem Bündel würde man zumindest so ein Ziel erreichen. Und wenn ich die Maßnahmen nenne, dann sind das eben beispielsweise hohe Effizienzsteigerungen bei den Fahrzeugen, das wird natürlich jeder unterstreichen, da sind noch Potenziale, gleichzeitig aber auch Steigerungen der Kraftstoffpreise bis 2030 auf 2,50 Euro. Das ist weit weg von dem, was zurzeit politisch opportun ist, ist aber ganz, kann ganz zentral sein, wenn es um Rebound-Effekte geht, mehr Fahrleistung bei effizienteren Fahrzeugen. Wir haben eine weitere Besteuerung, also LKWs, die LKW-Maus steigt auf 50 Cent bis 2030. Wir haben ein Tempolimit auf Autobahnen. Wie hoch ist sie denn heute? Die liegt ungefähr bei 13, 19 Cent, also es ist mehr als Verdopplung. Wir haben eine, wir haben eben das angesprochene Tempolimit, wir haben eine Veränderung oder Abschaffung der Pendlerpauschale, also alles Maßnahmen, die bekannt sind, die zumindest an die sich keiner rantraut, aber wir haben halt auch gesehen, wenn man so eine Minderung will, bräuchte man solche Maßnahmen. Und ich möchte es gar nicht weiter kommentieren, vielleicht nur in der einen Richtung. Auf der einen Seite steht ein Ziel, was wir, was erstmal sehr abstrakt ist, wo wir alle Prozentzahlen kennen und dieses Szenario zeigt mal eine Richtung in diese Richtung dieses Ziels auf. Aber auf der anderen Seite sagt sie auch, bestimmte Maßnahmen sind dafür notwendig. Das ist kein Selbstläufer. Und da scheint es mir eine große Diskrepanz zu geben zwischen dem, was wir aktuell politisch diskutieren und dem, was eigentlich an zusätzlichen Maßnahmen, in welcher Ausprägung genau, kann man darüber diskutieren, notwendig wäre, um in Richtung dieses Ziels zu kommen. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, das ist ja ein spannendes Projekt, man redet da über eine Transformation, ihr habt die vom Automobilverband bis VCD sozusagen die ganze Palette da gehabt und jetzt habt ihr euch geeinigt für die Berechnung auf ein Set von Maßnahmen, die jetzt unterschiedlich sozusagen gewollt oder nicht gewollt werden. Wie stellt man sich das vor, dass jetzt alle zusammen sagen, ja, das sind jetzt diese Maßnahmen und da erreichen wir das jetzt, aber ein Teil sagt, ja, das wären die Maßnahmen, aber wir wollen die nicht. Ja, wir konnten uns am Anfang auch nicht genau vorstellen, wie es läuft, wir sagen, am Anfang lief es wesentlich kontroverser als später, die Gruppe kennt sich auch gut und es ist jetzt nicht nur, dass man sich gut kennt und deswegen jetzt einvernehmlich wird, jeder hat natürlich weiterhin die Position, von der Institution, aus der er kommt, auch eine berechtigte Interessen, aber man sieht schon, was der Prozess bestimmt ausgelöst hat, eine Sensibilität fürs Thema, auch eine Sensibilität für die Wirkmächtigkeit bestimmter Maßnahmen, wir diskutieren oft über Maßnahmen im öffentlichen Raum, auch in der Politik, die gar nicht die Wirkung haben und andere, die sehr wirkmächtig werden, über die wird nicht diskutiert, also ich glaube, da gab es einen großen gemeinsamen Wissensgewinn und natürlich gab es auch kontroverse Diskussionen und es war nicht der Anspruch, ein Minimalszenario zu definieren, das haben wir auch gemacht, da hat man gesehen, da kommt man nicht weit, sondern auch wirklich ans Eingemachte zu gehen und natürlich war auch da nachher die Stimmung, also in unserem, sagen wir mal, Gesellschaftssimulation, Stakeholder-Prozess, dass sich die einzelnen Akteure versucht haben zu einigen und zu sagen, okay, ich beharre nicht auf dieser Maßnahme, die ist mir wichtig und ein anderer hat es andersrum gesehen, also man hat eine Kompromissfindung zustande gebracht, was trotzdem nicht heißt, dass man am Ende ist und alle haben unterschrieben, so machen wir es jetzt, aber man hat sich eben schon mal wesentlich intensiver auch mit den vielleicht Interessenskonflikten auseinandergesetzt, als wir es aktuell in der Politik tun. ganz am Anfang auf der ersten Folie war ja der Hinweis, dass es noch gar keine Reduktionsziele für Treibhauseffekte im Verkehrsbereich gibt und jetzt mit den Ergebnissen von so Studien könnte man das ja machen und im Gegensatz zu anderen großen Zielen, die man mal schnell hinblubbert, wäre da ja auch gleich der Maßnahmen-Set dahinter und ist das vielleicht auch der Grund, warum man solche Ziele nicht setzt, weil das vielleicht politisch doch nicht so einfach durchzusetzen ist? Ja, das ist eine Debatte und ich glaube, das geht schon in die Richtung. Also irgendwie müssen wir, wenn wir das Problem gemeinsam erkennen, uns zu Klimaschutzzielen auch bekennen als Gesellschaft, müssen wir die einzelnen Sektoren durchgehen und überlegen, wie kommen wir da hin und das ist wahrscheinlich, braucht da auch irgendwie eine gesellschaftliche Basis für, dass alle sagen, wir wollen dieses Ziel erreichen und auch vielleicht politisch die Zielgabe und das ist ganz verbindlich, da gibt es kein Zurück, weil ich glaube, die Energiewende, die würde jetzt auch nicht so stattfinden mit allen, auch Marktakteuren, wenn nicht das Ziel klar wäre und man wüsste auch nicht, eine nächste Regierung wird dieses Ziel nochmal rückgängig machen. Das ist ja auch ganz banal. Investitionssicherheit, ich weiß, es wird nicht nochmal einen Ausstieg aus dem Atomausstieg geben und es wird nicht nochmal eine Energiewende Recht zurückgeben zu fossilen Kraftwerken. Das weiß jeder, das weiß auch der letzte Akteur, der bis zuletzt darauf gesetzt hat, dass sich bestimmte Dinge noch weiter in die Zukunft verlängern und ich glaube, im Verkehr muss das vielleicht nicht, das ist nicht ganz so einfach, wie wir gehört haben, das ist nicht nur Technologie, aber wir haben gesehen, es braucht so eine Transformation, wir können nicht stehen bleiben, wo wir sind, auch die angetriggerten Maßnahmen, die führen noch nicht zu diesen langfristigen Zielen, zumindest wenn der Verkehr wirklich einen relevanten Beitrag leisten soll und das heißt, wir müssen uns gemeinsam auf Ziele einigen und dann müssen auch alle irgendwie versuchen, dass sie daran mitwirken und das muss auch für viele, wird es auch neue Chancen eröffnen. Das ist ja nicht, dass alles irgendwie wegreguliert wird, sondern wir haben auch heute einiges erwähnt und wir kennen es auch, vieles tut sich, viele neue Unternehmen entstehen mit neuen Ideen, also man muss sich da eben ranwagen und auch alle mitnehmen, auch die einzelnen Nutzer und Bürger. Jetzt seid ihr ja, wir machen ja so eine Art episches Theater da oben, aber jetzt seid ihr ja ein bisschen aus dem Drehbuch raus, in dem ihr schon die nächste Folie aufgezeigt habt. Also meine Frage dazu wäre, wenn man jetzt noch mal zusammenfasst und sagt, was sind eigentlich die wirklich zentralen Forderungen oder Maßnahmen, die man machen muss, über Einzelmaßnahmen hinaus? Also ich möchte mich ungern wiederholen, deswegen tue ich es auch nicht, aber vielleicht ein Punkt, der sicher auch jetzt hier noch mal hoffentlich klar geworden ist, ist einfach, das ist kein weiter so, sondern der Verkehr, man merkt, es gibt Veränderungen auch in der öffentlichen Wahrnehmung, der Verkehr ist durchaus ein Sorgenkind und es sind einfach größere Veränderungen notwendig auf allen Ebenen und ich glaube, mit so einer Botschaft müsste man eigentlich rausgehen und ich weiß, das ist in der Politik mühsam und anstrengend, aber solche Veränderungen auch gegen Beharrungskräfte durchzusetzen, aber ich glaube, der Prozess müsste noch stärker in Gang kommen, als er heute punktuell, vielleicht bei Themen wie Elektromobilität heute schon vorangebracht wird. Genau, nur Technologien reichen eben auch nicht aus, man braucht eine größere Transformation, aber wir haben ja auch gesehen, da gibt es ja auch irgendwie Chancen, positive Nebenwirkungen, gerade in den Städten, wenn mit weniger Schadstoffen, mehr Lebensqualität, weniger Lärm, das kann man auch ruhig mal kommunizieren. Super, und auch der Veranstaltung vertiefen wir das dann noch in den Workshops? Genau, so ist der Plan. Wunderbar, dann bin ich jetzt echt gut präpariert und danke euch für die Vorbereitung und Sie sehen jetzt einfach, wie angenehm das ist, wenn man Geschäftsführer ist, gute Kollegen hat, die man dann anrufen kann, Folien zuschicken und dann ist man für so eine Veranstaltung vorbereitet. Also ganz vielen Dank nochmal. Wir haben jetzt eine kurze Pause, es geht um 10.45 Uhr weiter in den Workshops. Workshop 1, Potenziale neuer Mobilitätskonzepte, Workshop 2, Stiefkind Verkehr, zukünftige Rolle der Elektromobilität im Stromsektor, Workshop 3, zum Flugverkehr, die Workshops sind jeweils gut angezeigt. Sie können auch gerne noch einen Kaffee mitnehmen oder schnell trinken und vielleicht nochmal der Hinweis, auch in den Workshops werden wir mit Livestream arbeiten. Wir wollen ja auch zur Verkehrsvermeidung beitragen, also es wollten ja noch Tausende hier teilnehmen. Es gibt auch dort jeweils einen Grafikrekorder oder Grafikrekorderin und auch Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für das Mitzeichnen und Mitmalen. Applaus Vielen Dank.